Herzlich Willkommen zur hundertsten Folge von unserem Minecraft Let's Play. Wir haben uns was ganz besonderes überlegt. Wir werden jetzt natürlich im Let's Play direkt nicht sagen, was es ist. Ihr werdet es dann sehen. Oder ihr seht es ja dann schon. Okay, das ist ein bisschen blöd. Wir sagen nicht, was wir machen. Auf jeden Fall, wir spielen mit der 1-2-4 jetzt mittlerweile. 1-2-5. Ja, 1-2-5. Wir haben auch wieder das Texture Pack Minecraft Basic von Honeyball drin. Ich habe die Fold. Ich habe auch die Fold. Noch was, ja. Und der Shader-Mod ist auch drin, wie man da hinten ein bisschen so gerade am Berg sieht. Und, schau dich mal an. Ich habe auch einen Rücken. Ja, genau. Und eine Hater-Maske. Guck mal hier, guck mal, ich kann es anzünden. What's a... Oh, und... Ah, sehr gut, also bei mir wird es ein bisschen lang. Vielleicht sieht... Oh, Jo, du hättest mich mal nicht. Wir sind immer da, als würde es gehen, hier. Kleiner Ninja-Hack, ne? Ninja-Monkey, oh, oh, ja. Ah, werdet ihr denn? Leiter weg ist, Krieg. Ja, gleich, war mal's da, Mann. Ja, das ist jetzt Ritchi. Ritchi, 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 Ritchi. Wie sieht der Maske aus, total drastisch. Ah, kack, das war gerade dumm. Ich bin der Eter und du nicht. Ah, nicht geht ihr hoch und ihr nicht. Ja. Oh, 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 oh. Na gut, ich bin. Ja, wir haben ja auch. Die ist tot. Hat es immer runtergefallen. Sinnvoll, was ich eh gemacht habe. Okay, was machen wir jetzt, Leute? Aber mit uns das Vorhaben. Weiß nicht, irgendwas Dummes, oder? Ich hab grad gesehen, der hat mich voll weggeschubst, der hier schon, ey, voll skrupellos, ey. Voll piece. Wenn's bei mir ein bisschen lacht, dann liegt das am Shader-Mod, weil der ist ja schon ein bisschen leistungsziehend und ich weiß nicht. Wenn's bei mir lacht, ist es normal. Wenn's bei mir drei lacht, nicht, aber Microsoft schon, das ist mal ganz lustig. Uh, wir wundern hier diesen coolen Aussicht, hier, cooler Weg, hier so, uh, 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 uh. Uh, 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 uh mit ja okay hier unten baut ist scheiße, lass mal was chilliges machen wir könnten mal so nach ganz vorne gehen und sich uns alles nochmal angucken oder so, was wir geschafft haben ja genau, gute Idee könnten wir machen, wir jetzt ja 100 Folgen aufgenommen haben wir können auch so eine Festung wir haben ein Festung entdeckt, aber trauen uns nicht dorthin zu gehen, nur so nebenbei, weil wir da als sterben ach so, in der Hölle, ja das könnten wir machen, so Let's Fail so ungefähr so, Let's Fail so, Let's Fail so das ist alles geplant, wir diskutieren eben in Absicht, weil das dann besser überkommt, so ich habe schon längst alles geplant, was wir machen wollen letztens wurden wir auch mal gefragt, ob wir uns einen Plan machen und so, jetzt seht ihr, wir machen uns fett im Plan im Letzten, im Letzten, im Letzten, ey das ist voll, hier zur Psychologie-Trekke wo wollt ihr denn hin? juhu okay, bei mir lag es echt heftig oh, ich habe mich gerade gewundert, warum das Portal nicht an ist das ist ja so ein Puls to go Portal, Alter ey, und da sehen wir mal fettroter Himmel, ey und alles rot ach, sollten wir überhaupt jetzt nicht hören also, ich bin jetzt nie höllig gegangen ja, ich auch ich habe einen Bogen und eine Pfeil, das ist auch cool ich auch ich will Pfeil an jetzt hat es endlich schon wieder da hinten, ey ja, weil man hier durchgehen kann, die Wand fehlt, ich habe keinen Schmerz oh, nein ist ein Ding nee, lass nochmal ganz nach vorne gehen und uns alles anschauen, wo wir begonnen haben ja, hier durch das Portal ja, das ist so ein echtes Portal, was so lange dauert, Alter ja traveling bis zum Normal Portal traveling bis zum Normal Portal und ich lag hier gerade vollkommen, ey hat geklappt ich würde sagen, wir machen mal wackel, 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 wackel und Game Mode dann können wir ein bisschen rumfliegen meinst du? boah, das wird überhaupt nicht toll, weil wir in der Aufnahme sind, weil wir sowieso jetzt schon nackt nein, ich würde laufen meinst du? ja, das ist voll sozial schadet nicht der Umwelt so ja, okay aber ich habe mal alles aus dem Bild gemacht mit F1 das sieht schön aus mach ich mal auch ja okay, lass mal eben auf den Berg gehen, wo wir begonnen haben alles klar ich fliege da flott drüber natürlich das war eine Spezialfolge eine Spezialfolge von 30 Minuten Länge, oder? ja unsere lieben Mutti oh, wir hatten ATP, Mann stimmt, hier oben haben wir angefangen hier oben standen wir und haben uns nicht getraut, das erste Wort zu sagen weil, ob ihr es glaubt oder nicht, es ist scheißschwer, das erste Let's Play aufzunehmen und dann bin ich gestorben nicht im Netzen, Alter das war hier alles von Nadelwald ja, dann hatten wir unsere große Obstaktion Alter, da habe ich gerade eine Schere in der Hand, haben so ein komisches Zeug ab nein dann sind wir hier runtergegangen oder? oder vielleicht auch nicht ich weiß es nicht, genau ich weiß nicht, man sieht ja eher an man hat sowieso die erste Folge, wenn man es sehen möchte, so nein, wir sind hier hin wir schauen uns jetzt einfach mal alles an, was wir gebaut haben guck mal, da hinten der Dschungel, dann da hinten das Rittschiefsteins Kackhäusen, was er so einfach so in die Landschaft gebaut hat kann ich mal rein gehen, so das gibt es ja eigentlich noch so oh, ein Eimer komm, dann nehme ich mit die Essenskiste ach, du hast ja so ein Kraschen ah, danke so dann waren wir hier, haben uns ein Haus schön nach und nach eingerichtet und unser Haus scharf lebt natürlich immer noch mittlerweile ist die Wolle wieder gewachsen ist sie das? dank der ganzen der ist nicht mehr der Keller ah, warte der Keller, der nie fertig geworden ist hier ist sowieso nichts fertig geworden oh, oh, ooooh oh, ooooh die war sehr feignet wie ich auch schon auf uns am Grundstück was machst du dir an? ich hab gerade auch so ein Geld der Hinter eingang von unserem Müllalm Alter, wir haben echt schon wirklich viel gebaut ja, man, der Hinter eingang von meinen Müllalm wo ist überhaupt alles – Papapapa, hast du noch nicht reingesprungen? – Da waren lustige Sachen. – Da war ich glaube ich nicht dabei. – Hier brennt's gerade. – Nee, das hab ich nicht gesehen. – Ah, ja, das ist Tims Zimmer. – Wo ist mein Zimmer? – Tims Zimmer. – Leider ist hier nichts mehr so verwinkelt wie früher, das find ich irgendwie schade. – Nein, ich eigentlich nicht, das war cool, gell? – Habe ich nichts mehr gefunden. – Ah, ne, erstmal drüben gucken wir mich auch schon mal. ja hier und das war mein Zimmer, hier mein Zimmer, hier stand mein Bett eigentlich mal, stand mal wird alles weggenommen, die gesamten Privatsphäre wird mir alles vergenommen oh, ich wusste mir aber, was für ein Scheiß, wie hat das denn gebaut? ich komm hoch, nein, ich komm mal hoch dann hat mir hier unseren Tintfisch gefangen, der ist aber mittlerweile schon gestorben wahrscheinlich war ihm das Becken zu klein ich möchte jetzt einfach nur abgaben man könnte das Glas wegfangen, dann haben wir es will ah wo wir doch grad hier sind, lass mich mal reingehen da unten hat schon immer ein Clean Zone gefehlt, das hat mich so gestört ich hab mich rausgegraben alles wieder gut, jetzt ist wirklich fette Party hier diese gemütliche Sitzecke und hier der Weg nach unten, wenn ihr ihn sehen wollt ja, wunderschön, ich will die Tat, dass wir mittlerweile sind stimmt, 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 und nicht auf dem Wasser das riecht, der Wasserfarsch, das war auch nicht schön, das war auch nicht schön, das war auch nicht schön, das war auch nicht Aquarium auch noch geben hier, das ist sehr cool, geh mal hoch super ich bin nur schon oben, sind wir wieder, wir sind wieder hier mein cooler App so ästhetisch oh man flack, man hier rüber auch geht dein Zimmer ich renne als nach oben und planen, ey, geht ja gar nicht, ach ja, wird Monster gefangen, das ist dann aber gegangen, als es Tage wurde, das war traurig das war mein Zimmer das war ja auch schon was altes Zimmer das denke ich war nicht so schlau ach ja, das war ja auch schon was anfangs mit dem coolen Regal hier oben erstmal und hier ist unser Dreierbett und das Hühnchen ist weg warte, wo ist das Dreierbett? Ach ja, stimmt, wenn man nach einem Dreierbett gibt, weil es uns immer ganz halt unsicher war Ritchi, deine Kiste ist und dann haben wir das Neue teilweise bleib nicht mehr ein bisschen fett sich durch die Griefer dein Chicken ist weg genau ich hab's gegessen aber das hat mir noch rausgeführt, um Kinder zu machen gut, stimmt unser Wintergarten das schneidet, oh wie schön, seit der Einigung ich weiß gar nicht, was denn war oh, wie romantisch, oh und wir nehmen endlich mal, ach nee, ist endlich nicht ab als ich soll, nackt bei mir, ich entschuldige mich dafür mal, aber wunderschön, wetter jetzt wieder ja, ich hab mal ein bisschen sonnig gemacht unsere Kühe Tiere wie geil, wie geil, wie da aussehen, ey, voll gleich, ey voll die Klon, ey, da lass mich runter um Scheiß, ey, ey nein, Tim, was hast du getan? die Kuh wenn die überleben wir sind hier sowieso nicht mehr, wir haben ein neues Haus gebaut, hab ich gedacht was macht die Kuh da? kein Grund, hier alles kaputt zu machen unser allerliebsten kleinen Hundis, mit denen hatten wir, glaub ich, zehn Folgen lang zu kämpfen oder so meine Hundis, hören die noch auf mich? ich hoffe nicht, nein sehr brav wie, guck dich an, aber guck mal hinter dich wie, wie ging das denn gerade bitte? da scharf ist mein Soundgipf, Mann unser Haus auch nie richtig eingerichtet worden und wie ging's dann weiter, wir waren viel in den Höhlen unser Höhleneingang sehr lustig hier so aber wir haben da drüben unsere kleine Miene das sind kleine Miene, die Miene eigentlich gar nicht stimmt, da ich so mal so 20 Folgen lang so ein Schwulen kommt dir gleich noch mal aus der Tür raus, so, mit dem wir aber nicht so na! machst du mal die Tür zu, Bob? na, die bleibt jetzt offen was war hier hinten? na, die wird zugemacht hier, wunderschöne Aussicht, alles schön mit Nadelbäumen und dann überall noch so komische, weil, äh, Laubbäume dabei ist und zu Klobürstenbäume da oben hinten ist ein Dschungel ja, das ist schlechte Erfahrung, das ist neu ach, dahin geht's auch noch zu den Miene das war's eigentlich, was wir hier geschafft haben, gell? das war eigentlich alles, was wir jetzt gebaut haben recht wenig, werde ich mal behaupten da-dam, 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 da-dam da-dam, 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 das gefällt mir eigentlich ganz gut hier ja, 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 nein ja, ihr könnt, ihr könnt ihr beide hier hinziehen, nicht bleibt und zu neuem Hausboden wie wär das? Deal? No Deal No Deal aber ihr bekommt auch die Eisenbahn dazu nicht die Blöcke, die Bar No Deal, das sind eh nur noch drei dann hier mein schönes Häuschen, wo ich ne Falle einbauen sollte aber das noch nie durchgezogen hab darf es crashen? sollte oder sollte? was geht's auch oah, alles hoch, schnell oah, oah, oah alle drängen mich weg, nur ich bleib hier oben ja, man, hier hab ich wichtige Sachen entdeckt alter dreckiger Griefer was war denn da drin? eine Leiter, man, die hat die gezogen oh, und eine Schiene und wieder runter vielleicht passt ihr mich mal runter, Leute direkt da ok schon, ja schon, da warst du erstes runter oder auch nicht, waaah und und so und dann hier ging's klack, oder? oah, ist wack mal ein schöner Tipp hier drüben durch, eigentlich, oder? ich würde sagen, wir fliegen jetzt nicht mal schnell rüber, weil darüber zu laufen dauert er zu lange ja meinst du? hier hatten wir ja, klar ok hier ist der hier ist der 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 mittlerweile zugefroren ist unsere Sandabbaustelle ist und man sieht doch nicht, wo wir generatet haben hier, das hat sich das war schon immer so, das hat sich nicht neu generatet hier so ja, das passt hier, die Kante ist auch irgendwie nicht überhaupt nicht mein Teeberg ist schön weg ja guck mal den Kackus, die da unwillig haben oh, hab kaputt gemacht hehehe wuhuu 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 hoch runter hoch runter das generatet bei mir gar nichts, man und in die Höhle rein wuhuuu oder auch nicht wuhuuu los, komm hier, diese schönen Decken hier ja, ich sehe auch immer, wie auch immer das von mir ist, ein MVG hinten drauf hat aber keine Hatermaske auf doch, hat eine Hatermaske auf die Höhle da steht ein geschworene Star die kommt da da steht die neue Zeitwege die ist generatet ja, ich glaub schon ja, die, auch und wie gut sich die Bäume abgeschnitten haben so, wuhuuu wuhuu 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 warte wuhuu hier ist der Fluss hier ist der Fluss ok, ich hab sie verloren, aber das macht nichts ich finde sie wieder hinten laufen sie, die kleinen netten Menschen da, 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 da oh, das generated alles so da,ò da, 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 bauen das hab ppto eine kohle meine kohle oder wie das steht nur eine kiste der andere seit ich mitgebracht dann ist das nicht wer tut denn ganz koppel rein ich hab so viel ja und dann ging es weiter er geht das da eine kurze koppel zwischen lagerstelle machen doch ein 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 kann sein damit nicht nicht welche hau um ach egal ich hätte sowieso nicht so ich fliege die ganze mit f1 hier neben ein epischer weg auch von richard schmidt gar nicht gesehen cool ja ich weiß rausschneiden ähm saugeil so schillig super schön gemacht und ich hatte mit er wunderschön die jahre nicht weit um war gerade richtig dumm zwei miteinander ich habe ihren kopf gehauen ist mir egal aber jetzt habe ich es kapiert ach nee es geht doch jetzt da drüben weiter du bist falsch ich merks grad guck mal die schönen fackeln hier das hier ist meine epische brücke meine na gut sie ist nicht so schön wie der weg da drüben so und jetzt hier ist unser neues Haus ist wunderschön erbaut ja erbaut mir ich hab ja nur gesagt wunderschön erbaut ey von dir von von alt ich mach jetzt die Tür zu jetzt wunderschön ich hier drin alles meins auch du Katze komm her Katze komm 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 BAM oh das hat sich besser nein Nein okay wir haben gerade einen schweren Verlust da dritten was das ist boah eine Maus dreht sich nix schlimmes ist passiert ist nur noch eine Katze da was ist denn die andere hat ein Unglück Tim was an der Koppelkiste ist das denn hier mit der Haftlage nun aber machte keine Sorgen ich habe auch noch ein Ei guck hier kriegst noch ein Ei die Katze mit deinem Ei ich bin da springe ich auch nicht in mein Leben oder auch nicht ich werde es doch ein Schiff zu drücken wuhu da 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 was sehe ich denn da viele Fackeln dritten ja und war doch die Katze dünn 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 ja so wie das hier aussieht schon uja das hat mir mal gekostet m oh das war noch ein Ei das will ich haben da dumm da dumm wo war diese Höhle wo die ganzen Creeper waren da das war da hinten folgt mir alle oder ich ich komm doch ich kann sogar ganz 2 ja ja unglaublich ich oh ich kann alleine hin höh ach das stimmt ich kann so viele Drops was hängt hier für ein Turm von oben runter was wo war das denn ach das ging jetzt hier ach ne das war hier neben gelle hier neben hier neben hier neben wo seid ihr denn ja hier war das hier ooooh Köln ich habe ihn umgelegt und da ist doch jetzt die Monster Fall oder cool hier neben uns ja genau, der hässlich ist die Idee der hässlich ist die Idee der sieht wunderschön aus, ne gut wir könnten ihn vielleicht ein bisschen abrunden und mit Erden, ich hab den von draußen noch gar nicht gesehen, sieht echt aus wie so Kackstifter das hab ich nicht gehört Juhu Oh Gott Warte, treffen wir? Hä? Also von außen ist das nicht Ah, hier drinnen ist sogar ein Gehirnbar So, den will ich erledigen Mist Tim, du brauchst du eh nicht Du hast ja ganze Gehirnchen bereit, schaff ich das schon Drücke mal F1 Hab ich doch schon Was soll ich drücken? F1 nochmal Damit ihr den Text seht Was sehen? Oh jetzt ist der Text Nichts, nichts Ok, findet das Monster Fallen wie Oh, das hast du ganz nett gesagt Ah, meine Austritt Ah, meine Austritt Ah, ha, ha, Breakdance Ich bin der Körnerkülerin, ich bin der Körnerkülerin So, was machen wir jetzt? Ich glaub wir haben alles gezeigt Das fällt mir grad auf, dass wir noch gar nicht viel geschafft haben Ja, das ist das schön Jetzt kommt unser Special Also kein Special, aber jetzt kommt unsere 100 zur Folge so richtig Erst so, fängt jetzt an Oder? Erst mal so gezeigt, jetzt fängt es an, jetzt machen wir wieder was Lustiges Wir machen was richtig Lustiges Und das wäre Eure Einsatzleute Ja, also Es wäre Also, wir fahren jetzt ein bisschen Koppel Hünchenfeind Juhu Fahrt Koppel, wo seid ihr denn? Also ich bin eben Also ich würde sagen jetzt hier exklusiv Mal voll das Geheime Wir, ähm Wir zeigen, dass wir alles eingefahren Das war das Speziale jetzt Schaut euch diesen Fahnen an Die sich nicht bewegt Guck mal und Diesen Gravel Diesen Gravel Block hau ich voll weg Oder auch nicht Die sich in den Lockheilen Ach egal Also ich muss sagen, das war jetzt Schon Ein gutes Spiel Es war jetzt atemberaubend Und jetzt geht's erstmal Ähm Ja Habt ihr schon das Server heute so gesehen? Ja, Spaß Falsch Ähm Ähm Joa, gut Ja, wunderbar Server Jetzt draußen könnt ihr mit uns spielen, wenn ihr wollt Oder wenn ihr nicht Vielleicht wollt ihr es vielleicht nicht an Nacht sein Und am Sporn Hab ich ja dann weiß, es gibt ein paar Probleme Man gibt ein Register Und dann Da steht dann Register, Passwort, Passwort Das heißt, man muss zweimal sein Passwort eingeben Also zum Beispiel Hallo Hallo Junge, bist du bescheuert? So Und nicht Warte, nicht Warte, nicht Oh, nicht, ich sehe so schlecht Und nicht so Also zweimal eigene Passwort Oh Viele Gellinchen schicken Wer hat ja noch eingehitted So Ähm Glaub ich, ich treffe Ritchi Ich glaube ich treffe Ritchi Wenn er sich nicht bewegt Ha Ähm Joa, was sollen wir jetzt machen? So Ich mach ein bisschen die Hölle, will ich mal sagen Ja, ehrlich in die Hölle, oder? Ja, ehrlich in die Hölle, oder? Ein paar Bögen, äh, Pfeile, bräuchte ich Ah, mein Handgelenk tut weh, Alter, Joshua Man Handgelenk tut weh Tja, zu viel gezockt Oder zu viel Nananana Nein Nein Guck, wir haben doch irgendwo gar nicht den Pfeilen Irgendwo werden sie den haben Nee Nee Auch nicht Jetzt aber Ich bin hundertprozentig sicher Ah, Pfeile, da, 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 da Ah Uh, Pfeile Ich hab noch 8 Vickys mehr Ich hab noch 6, aber die Game ich möchte nicht Mach, mach mich neuer Mach doch Mach doch Halt, ich mach, ähm Oh, ich mach mir mal Oh, ich mach mir mal Oh, ich mach mir mal Ja, ich will sein Ich würd sagen, wir sprinten in die Hölle Oh, auf geht's Ich hab meine Ei jetzt aus meinem Haar gesehen Ah, ich muss mal Game Out ausmachen Oh, ah Mist, das war zu weit Oh, ich hab noch Game Out ausmachen Perfekt Nein, aber ich hab grad ein bisschen mit dem Kompass ancheatet Hat keiner Ich denke, das kann man sich erlauben in der 100. Folge Das kann man sich erlauben Nein, einer sieht das Keiner Oh, oh Fett Fett Ich sehe Joshos Augen Oh Uh, uh Bam Verwegen die Mauer Meine Augen sieht keiner, Alter Das ist Lieder, ey, nur Schiedsvoll Jedes Kind schielt man Das mein ich Geben jetzt, wo gehen wir hin? So, greifen sie uns an Noch nicht Ja, greifen wir uns an Zeig mal Doch, einer schielt Die schwarzen Flecken in deinem Gesicht schielen Du schielt Bin ich schon tot, oder lebe ich noch? Weil momentan greifen ich mich, Alter, an Oh, ja, ich bin tot Komm, sieh das her, Alter Wollte ich das nicht machen, ohne die Pikmänner anzutreifen Du Assi, das war meiner Der hat Rolltape Oh, geil Hallo Wolltape 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 Oh, ja, ich bin tot Oh, jetzt hittet der nicht Ich hittet der nicht Ich hittet der nicht Ich hittet der nicht Was denn, Alter Wie sagt ihr mich, die, man? Ich geh immer gar nicht auf, weil man schon gar nicht so hittet Oh, bin ich Oh, kann ich gar nicht essen Oh, kann ich gar nicht essen Unter Wasser, was schittet, man Juhu, Richie was, play by zombie pigmen Hast du mal eine ganze Sache, Richie? Sieht da keiner sowieso nicht Geh mal ein bisschen was Wahrscheinlich Essen und Schwerter und so Huh Nix passiert Wir können endlich runter Die Lage ist entspannt Warum weiß ich nicht Nein, die Faden waren nicht von mir So, das war Ganz zu haben Hättest du vielleicht noch eine Schmutzhacke für mich? So, okay, jetzt Die Pigments hier vorne sind jetzt alle weg zum Glück Danke Das ist schön erstmal Guck mal hier mein Anfangsturm, wo ich erstmal da hinten hinbauen wollte und dann erstmal voll runtergefallen bin Ja, das war toll So, äh Ich bin hier und warte auf euch und beim Ausgang, ja, also ich warte hier und auf euch, wenn ihr vielleicht kommen wollt Ich komm mal Also, wenn ihr vielleicht kommen wollt Ich komm mal Ich komm mal Ich komm mal Getren kann Er hat getan, er hat es wirklich getan So ein spooky So ein Lauch, alter Gnerchd-lauch schnitzel Alter, ich bin auch zwei Herz Gott, wir geb mir Rückendeckung Ah Så Dieser traum Dieser traum Dieser traum Der traum Der traum Oh, ne, hab einfach nechmal Oh, was es so cool ist Guck kom 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 Gunde alle weg um Prozent Mieten man ist immer wenn sie auf den Sack gehen nicht angreifen der Batsche machen man sehen die liebenswürdig aus es könnte meine Schmerzen sein Spaß da kommt der war gewollt Miet wo ihr rechtes Geld zu ohr auf die GmbH kommen macht das Land gewinnt LÖ oder war man mal recht nahe ich die Festung erlaubt ist er lang gerade auch in die zwei fünf Minuten und treten Minuten der Bekürzung Linder alter wäre mich nicht reinlassen bis heute die OECK mit der Schlange ich habe ich habe meinen privaten Weg hier nebenan Gäden Prozess abtraglich die gar nicht mehr Uuuhu Tinde Privatgrief Uuuuhu ich seh'n nichts Jaaa Fertig war gleich die Lava Echt Er wettet mit mir Mhmmm Jo Mhmmm Alter Hör mal auf mich ich hab'n Fertigkehrein ey du Kind Oha Alter, Joshua Ich geh' wieder zu denen denen das wird schon Huch der Tim 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 Ah da hinten sind sie Da haben schon nix rausgekratzt Da hab'n ins Feuer gelaufen ist Alter wieso brennig nicht okay wort uhr schilder gespornen Fall fast in der Welt du siehst ja ziemlich gebrutzelte aus Ritschi wo es denkt es hängt es hängt es hängt es nicht mehr ja ich hab das Feuer mal im Kreis von 100 Blöcken ausgemacht hier geht's nicht weiter kann man auch es gibt aber immer ein Weg für die movies games genau wo ich will ist es doch ein Weg alter ich krab mich hier durch den Weg wo ein Wildblister ist doch ein Hack Pikman ritsch dich über schneller als du bist auch dumm immer mehr ich habe keine Spitzhacke mehr wo ich habe noch eine aber ich will die eigentlich nicht riskieren ey bohr habt ihr das gesehen ich hätte fast jemanden zum Fall gebracht oder eine Spitzhacke aus deinem Inventar Griefen aber da ist ja nur eine drin das dacht ich mir das was wie kommt man hier höher Jotf fuck oh Jotf oh leiner sympathischer ich gucke ob er hier irgendwo rauskommt bad x-ray ich habe eben den Mod rausgemacht ja weil ihr es gesagt habt ist alles eure Schuld jetzt man guck ich drücke x ich drücke x man sieht nichts man sieht nichts ach ich glaube dir keiner dass du x drückst x drückst das hört sich voll scheiße an hintereinander jetzt ist die Taste fast abgefallen ey guck mal jetzt löst sich deine Seite ab das ist mir ganz toll aus ey meine Spitzhacke ist kaputt ne dam 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 ich glaube in der 100. Folge ist es okay wenn wir uns mal eine Spitzhacke cheaten rutsch 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 gib mir meine Spitzhacke wieder rutsch 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 ja guck mich gesagt die geht raus cool wenn man gibt es in der Hölle Gravel das Ohr mag was Lein mag was Lein mag was Lein mag was Lein wieder zurück wo ist er denn überhaupt ich sehe nicht und auch da hinten ist er wo er dich nicht eben noch einen Bogen mitgenommen also da hatte ich doch so dass ich weiß und der hat mich gerade auf drei Herz gemacht Arieger nein mach was Alter Prozent die Erkrankung Prozent und filmen das machen was gemacht mit Leid ohr ein aber ein auf eine Jugend die die Werte und ein Bunker das hat der Schöne geklappt und ich erleben dann es ist also recht so dunkel so alle wieder nahe an die schafft haben oder oben ist der wo auch für die die oder leute der kommt ja alles gut ich hab die feste und wurde er will ich mich nicht gut oder ja ich hab die festung vor dass wir nicht toll wenn ich stehe ab Prozent und ein Spielschaum in der Luft das mag ich überhaupt nicht ich komme ja und ich mach gleich wieder Batschern und ganz ehrlich soll ich mal mit World Edit ein kleines Brückchen? Ja, mach mal Oha! Ich muss mich wegzauern Oha weg damit, ey! Ah, ist nackt! Hören wir auch, ey! Oh, ich kann nix machen! Oh, so was führen wir das Brückchen? Getroffen! Hm! Komm, mach, du dann gewinnst, ey! Oh, du homus! Ja, oh, ich geh'n immer vorbei! Welch Nummer ist Netterstein? Ich weiß es nicht, 87 Oh, aber sehr viel besser aus, es wird nicht mal kaputt gehen! Komm, mach, ey! Komm, mach, du dann! Zeit ist eigentlich schon rum! Ich hab'n getroffen! Nein, der kommt zurück! Nein! Wo bist du, Tim? Ähm... Oh! Oh, der macht mich voll fertig, ey! Du bist eine blöde Schnitzel! Nein! Komm, sie sind nicht arbeiten, Mann! Das ist ganz n bisschen lang, Freunde! Das lag jetzt schon, wie Sau! Wir laufen hier nur rum verkehren von diesem komischen Ding! Ich geb' schon mal Healer auf Sicherheit gleich mal! Oh, ich hätt' fast getroffen! Tada! Ich brenne! Darf ich vorstellen, die Brücke ist fertig! Wo ist die Brücke? Wo geht's lang? Ach, hier ne, geht's lang! Ja, Joshua, gib's um! Äh, gib sie ihm! He-he! Die Brücke haben wir nicht geschehen, die hat sich von alleine generiert. Schaut euch doch die Formen an! Juhu! Wie die Jogter sind ein Platzgesetz, Mann! Du wüsst denn es komisch-köpbel-Fieche? Hey! Komm, komm, komm! Hey, total! Helf-helf-helf-helf-gleichschaft! Und in der Festung werden wir sowieso 20 mal verrät, also kommen wir gleich um Home-Punkt wieder zu Datum, aber ja ich will sagen wir gehen wir in die Festung ja genau und ist da mehr, und nochmal vielen Dank, dass es alles so nett hat und seit 100 Folgen schon zuguckt 100 Folgen, das ist einiges das ist echt, thank you und der Ausgleichs der Internet von euch ein singt ein auf Prozent und es ist auch der Partie Prozent 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 vor Ort aber wenn man die um die Fäden als passen so nicht dann wird die Tage wieder erfolge ein hundert und ein Prozent Prozent und ja Oh, ciao. Okay, ciao. Okay, ciao.